Erste? Nein. Mehr nicht. Einfach nur dahin, ihn aufzunehmen. Mehr nicht. Weil, ihr könnt drinstehen, reinrutschen, spielt dann keine Rolle. Könnt ihr eine ganze Menge mitmachen. Also, jeder mal einen Partner, probiert mal, ja? Ja, eins, zwei, drei. Kannst du ihn hier wegnehmen? Ja? Machen wir nur erstmal die Doppel? Ja. Ja. Ich will sich hier kontrollieren, direkt. Aber in dem Moment, wie ich ihn kontrolliert habe, ja? Riecht ihn auf. Ja? Zieh ich ihn rüber, hier in den Hebel. Wenn er reinkommt, geht er zu. Ja. Ist mal weg. Wichtig ist immer, das. Da kontrolliere ich ihn. Wenn ich will, zieh ich ihn hier rein. Und da kriege ich den Druck drauf. Also. Ja? Wapp. Gehst du den Schritt nach vorn? Oh Gott, ja. Ja, oben. So. So. Okay? So. So. Ich werde wild. F 아니고! Das ist ein Anton. Nein. Ja. 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 Absśliitzen. Ja, wow. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ich hab' ich mit den vergangenen? Der muss es merken, wenn er da was gemerkt hat, da kommt der erste Kopf, der geht so schön runter, dann hat er schön die Leber getroffen, dann schiebt er einfach mal die Kopfnach da und dann geht er am besten wieder. So, dann einfach so und dann so gestichtbar ist es nicht schwer. Ja, dann, ja, jawohl, gut. Eins, zwei, drei, für die Großen, mit Kontrollen und rein. Wichtig ist, dass wir da hinkommen. Ja, einfach und selbst, und wenn du hier bist, schiebst den einfachen. Und da, komm mal mit der Faust, es gibt die Möglichkeit entweder das oder ihr dreht den harten Karate-Block ein. Da ist erstmal egal, das hier ist wahrscheinlich sogar noch einfacher. Muss einfacher für dich. Ja, nicht für mich. Ja, dann trifft er mich. Also, wichtig ist wirklich hier, guckt mal auch, wenn einer was in der Hand hat zum Beispiel, ein Bierglas oder so oder Messer. Guck mal hier, was die Hände machen, wenn ich das mache. Ach, dir fällt alles runter und die Arme auch. Das ist doch seine Sache, nicht meine. Also, langsam. Glock einfach hier nur. Nur nicht hier. Dann kriegt ihr den Schlag ab. Weil dann knickt er ein und der Schlag kommt sofort zu dir. Weil du bist zu nah dran. Und der wird noch fester als von mir, wenn ich den beschleunige. Wichtig ist wirklich, wenn er trefft ihn hier, könnt ihr dahin gehen, dahin. Und wenn er nicht passt, zieht er nochmal durch, dann geht er spazieren. Ja, das ist ja das. Das nehmen wir jetzt nur auf. Wir haben nur auf. Ziehen aber wieder zu mit Drehreg. Da kann man wieder nicht hören. So. Oh, ich bin in so kitzig. Komm, ich lass ihn hier. Erinnene, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020